Ja, hallo und herzlich willkommen zur WWE Roblox End of the Line 2016 Podcast Review. Roblox End of the Line 2016 fandet ihr am 18.12.2016 in Pittsburgh, Pennsylvania in der Consul Energy Center auf dem WWE Network oder auf Sky Select. Vielleicht konntet ihr es gucken. An meiner Seite ist diesmal keiner, denn das kann ich auch gleich erklären, warum das so ist oder warum ich die Podcast überhaupt alleine mache und so weiter und so fort. Ganz kurz, weil ich ganz kurz mal ansprechen möchte, für die, die es nicht gesehen haben und so weiter und so fort und zwar, wenn ihr rechts oben auf die Infokarte klickt oder in der Beschreibung guckt oder das Video euch komplett anguckt, dann könnt ihr bei den Slammy Awards abstimmen. Also ich habe jetzt das Slammy Award Video jetzt veröffentlicht, was wir jetzt schon öfters angeteased haben, ist jetzt da und so weiter und so fort und alle Informationen, die ihr da braucht, kriegt ihr alles auf dem Video und dann daraufhin in der Beschreibung könnt ihr auf jeden Fall abstimmen. Könnt es ruhig weitererzählen, das mache ich jetzt einfach mal so, das mache ich eigentlich nie, erzähl es mal anderen Leuten. Ich mache es jetzt einfach mal als Ausnahme für die Slammys, damit auch möglichst viele abstimmen. Wäre auf jeden Fall cool, weil, ja, so ein kleiner Jahresrückblick in dem Sinne passt ja eigentlich auch ganz gut. Genau, dann natürlich die zweite Sache, warum gab es keine Live Review? Das habe ich ja schon auf Twitter angekündigt, dass es nicht geben wird, dass es ausfällt. Ich habe zwar den Papier Live gesehen, daran lag es jetzt nicht. Das Problem war einfach, ich war den ganzen Sonntag komplett wach, weil ich halt viel zu tun, also seit Sonntagvormittag bis halt Montag, 5 Uhr morgens war ich halt wach komplett. Warum auch immer, ich wollte eigentlich vorher pennen gehen, aber es hat nicht ganz funktioniert, weil ich halt viel zu tun gehabt und so weiter und so fort. Und dann halt, äh, hatte ich vormittag halt was, einen wichtigen Termin und so weiter und so fort und ich wollte halt ausschlafen und ich dachte mir so, komm, 5, 6 Stunden Schlaf bräuchstest du schon ein bisschen und nicht so 4 Stunden, weil das tut nicht gut dem Körper, wenn man so lange wach bleibt und dann so wenig schläft. Manchmal mache ich das, aber heute in dem Fall habe ich es einfach mal nicht gemacht und deshalb entschuldige mich dafür, dass ich die Live Review mal ausfallen ließe. Es hatte private Gründe in dem Sinne. Dann natürlich, warum auch keine Podcast-Review kam, bevor wir jetzt endlich zur Review kommen, hat den folgenden Grund, wir haben es gestern dann aufgenommen, so war nicht eigentlich auch alles funktioniert. Wir haben diesmal 1,5 Stunden aufgenommen, weil wir so oft vom Thema abgeschwiffen sind, kann ich auch natürlich auch vielleicht ab und zu mal erzählen, worum und was wir da eigentlich immer angequatscht haben und so was. Ich kann auch Mischa's Meinung auch ein bisschen wiedergeben, auch natürlich wie er die Star-Ratings verteilen würde, weil wir hatten schon ein paar unterschiedliche Star-Ratings, aber dazu kommen wir alles gleich. Hat den folgenden Grund, dass ich diese Datei einfach nicht benutzen kann. Also nicht, weil die Qualität scheiße ist, daran liegt es nicht. Also ich finde die Podcast-Reviews auch wie immer eigentlich gut. Also wenn sie nicht gut wäre oder wenn sie mir nicht gefallen würde, dann würde ich sie nicht hochladen. Ist ja klar, also es macht mir immer Spaß und so weiter und so weiter. Das wisst ihr ja. Und das Problem war, ich konnte es in meine Datei nicht einfügen, ich konnte es normal abspielen, aber ich kann es weder, zum Beispiel bei Movie Maker kann ich es nicht benutzen, bei meinem Bearbeitungsprogramm kann ich es nicht benutzen. Ich kann es auch jetzt nirgendwo, ich habe mal ein paar andere Programme ausgetestet, weil mit Testversion funktioniert auch nichts. Also ich kann die Datei einfach nicht bearbeiten und ich will auch schon da jetzt in Richtung Weihnachten geht auch die Videos auch mal hochladen und ich will gerade bei Pay-Per-Views es sehr, sehr zeitnah machen. Also wenn ich eine Raw und Smackdown ein bisschen später mache, das kann ich ruhig nach hinten verschieben, aber gerade wenn es um Pay-Per-Views Sachen will, will ich das schon möglichst schnell machen, weil Raw ist jetzt schon fertig, ich habe es noch nicht geguckt. Ich denke mal morgen oder so kommt mal die Raw-Review, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen und so weiter und so fort. Und was ich auch noch dazu sagen will, dass die Reviews diese Woche komplett von mir alleine gemacht werden. Mischa wird diese Woche nicht dabei sein, nicht aus dem Grund, weil ich keinen Bock mit ihm habe, sondern er hat einfach beruflich zu tun und er hat einfach kaum Zeit. Er wird auch, glaube ich, fast keine Show gucken können, hat er mir gesagt und so weiter und so fort und ja, ist die Weihnachtszeit. Ich denke mal, da versteht man auch, warum er da keine Zeit hat, sonst hat er ja immer Zeit. Das ist halt der Mischa. Okay, angefangen mit der Show natürlich mit, ja, der Pre-Show, bestehend aus Big Cass und Rusev, was Rusev via Countout gewonnen hat. Keine Ahnung, wie das Match war, ist mir auch eigentlich egal. Und dann ging die Show los mit dem Raw-Tag-Team-Title-Match zwischen Cesaro, Sheamus gegen die longest reining Tag-Team-Champions in history. New Day, was für uns beide der Opener war, äh, was natürlich der Opener war, ich meine, für uns das Match of the Night war. Das war für ihn, also auch für mich, also für mich und für mich, äh, für mich ja und für mich, genau. Das reimt sich ein bisschen. Stimmt. Warum fällt mir das jetzt auf? Egal, auf jeden Fall. Match of the Night, vier Sterne, würden wir beide im Match gehen. War ein schönes Match mit schönen Aktionen. Äh, gerade die Chemie zwischen Kofi und Cesaro war sehr, sehr gut. Die Chemie zwischen Cesaro und Sheamus war super. Und mit Big E war auch nicht schlecht, also, das hat einfach super funktioniert. Cesaro hat auch einfach wieder gezeigt, warum der einfach der Hammer ist. Also, wenn man die Raw gesehen hat, wie der da abgegangen ist, also 619, Centen, äh, Uppercut, Double Footstorm und dann letztendlich ein Crossbody in 20 Sekunden oder so. Denke ich mir auch so, das kriegt nur ein Cesaro hingefühlt. Okay, ein Styles wird es auch hinkriegen, aber Cesaro hat es einfach gezeigt und er hat auch hier schöne Sachen rausgekommen. Der Flip, äh, die, äh, also, der Monkey Flip, dann halt der schöne Crossbody und so weiter und so fort, die Tags mit Sheamus und natürlich das Ende, was sehr, sehr geil war. Denn, äh, es sah so aus, es wird ein Hot Tag geben. Cesaro verweigert den Tag, rennt Richtung Kofi. Kofi zeigt den Trouble in Paradise, wollte dann, ähm, Cesaro pinnen, weil, äh, Kofi Kingston natürlich geglaubt, dass Cesaro der Aktive sei. Daraufhin pinnt Sheamus, äh, Kingston und daraufhin 1, 2, 3. Okay, wir haben neue WWE World Raw Team Champions nach 483 Tagen. Cesaro und Sheamus haben gewonnen. Falls ihr euch fragt, habe ich diesen Titel gewonnen, auch in den Slammys stehen? Ja, habe ich. Also, ist so ziemlich aktuell. Also, ich habe natürlich schon die Slammys vorher fertig gehabt, aber ich habe natürlich ein paar Sachen natürlich geändert bezüglich Rogue Block, ist ja klar. Nur so als Frage, falls ihr fragt, ist das auch drin? Ja, für die, die den Titel gewinnen, als Titel der Gewinn des Jahres finden, gerne. Aber auf jeden Fall, äh, Cesaro und Sheamus sind die neuen Tag Team Champions, habe ich ja auch so getippt. Und, habe ich richtig gelegen, man hat den Rekord, ja, brechen lassen. 478 Tage war der Rekord von Axe und Smash. Und jetzt hat Cesaro und Sheamus einen Rekord. Sheamus ist jetzt der sechste Wrestler, laut Michael Cole, der den WWE World Title, US Title, Royal Rumble Sieger und Tag Team Champion ist. Und Sheamus hat auch sozusagen seinen zweiten Titel im Bereich Triple Crown gewonnen. In Tag Team Title. Wir haben auch, zufälligerweise, das kann man auch mal erzählen, auch mal aufgezählt, wer das alles geschafft hat, haben wir auch ein bisschen darüber erzählt. Also, John Cena hat es geschafft, Roman Reigns hat es geschafft, Edge hat es geschafft. Wer hat es noch geschafft? Äh, ich überlege gerade. Brett Hart hat es geschafft, der vierte. Äh, Big Show war nie Rumble. Ach, jetzt fällt mir jetzt, Chris Benoit hat es geschafft, war ja World Champion, Rumble Sieger 2003 und Yes Champion war ja auch. Und Tag Team Champion natürlich. Ähm, Eddie Guerrero war nie Rumble Sieger. Mr. Wacker, West Champion. Einer fehlte, wer war das denn nochmal? Den hatten wir auch aufgezählt. Äh, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Bestimmt fällt der mal ein, wenn ich jetzt nochmal die Rumble Sieger durchgehe. Äh, Del Rio? Del Rio. Ja, Del Rio. Del Rio, stimmt. Del Rio war doch, der war, nee, der war nie Tag Team Champion, stimmt. Del Rio war es, nee, Quatsch, vergiss das. Del Rio war es nie. Del Rio war es nie. Soweit ich das weiß. Ähm. Irgendeinen habe ich vergessen. Randy Orton war es nie. Cena war es nie. Taker war es nie. Remi Sture war es nie. Batista war es nie. Brock Lesnar war es nie. Äh, Brock Lesnar war 2003 und Chris Benoit war 2004. Ja, fünf Leute. Ja, natürlich Sheamus, sechster auch. Tut mir leid, tut mir leid. Ja, natürlich Sheamus, der sechste. Also, klar. John Cena, Sheamus, Chris Benoit, äh, Bret Hart, John Cena und Roman Reigns. Ja, soweit haben wir alle aufgezählt. Genau, ganz interessant. Auf jeden Fall, darüber haben wir auch ein bisschen geredet, haben wir natürlich auch nachgeguckt und alles. Ähm, ja. Cesaro hat dann auch New Day im Arm, nachdem New Day ein bisschen verzweifelt war, die Titel übergeben haben und so weiter und so fort. Dann haben Sheamus und Cesaro ein bisschen gejubelt. Man hat immer noch gesehen, dass Sheamus und Cesaro immer noch eine Chemie haben. Also eine gute Chemie haben, aber immer noch nicht sich leiden können. Also man hat eine Story gemacht, die man gut weitergeführt hat. Sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie lange die das ziehen und wie lange sie es gut auf dem Niveau halten können. Das ist immer noch die Frage. Es ist immer noch die WWE. Das darf man nie vergessen. Es ist immer die WWE. Was ich auch noch cool fand, war der Entrance von den beiden. Also von Cesaro und Sheamus. Äh, das fand ich auch ziemlich cool gemacht. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken auf dem Network. Sehr, sehr geil. Also ich fand es ziemlich cool gemacht und hat auch gut gepasst. Mal sehen, ob die den Entrance auch beibehalten. Ich weiß nicht, ob die bei Raw, wie die den Entrance gemacht haben. Ähm, ich habe Raw noch nicht gesehen, deswegen keine Ahnung, was da genau passiert ist. Ich habe nur, ich kam halt dann wieder und dann habe ich einfach die Review bearbeitet. Und dann, ne. Jetzt muss es halt so machen. Genau. Dann gehen wir direkt zur nächsten Sache und zwar wird Kevin Owens von Sherry Caluso interviewt. Naja, in dem, was nicht relevant war, Kevin Owens hat einfach gesagt, dass er ihn besiegen wird und ja, dann kam Chris Jericho dazu und dann haben die noch ein bisschen drum geredet. Dann hat Kevin Owens ein Geschenk für Chris Jericho hat einen neuen Schal, jedoch hat Jericho den Schal fallen lassen gegangen. Dann gab es das Match Sami Zayn gegen Braun Strowman in einem 10-Minute-Time-Limit-Match. Wenn Sami Zayn die 10 Minuten überlebt, dann hat er gewonnen in dem Sinne und Sami Zayn hat es geschafft. Das Match war weird. Also, Micha fand es schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ich fand es weird. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht, weil das war nur so eine komische Story. Das Beste an dem ganzen Match war Sami Zayn. Also, der hat es gut gesellt, er hat es gut rübergebracht, er hat es versucht, gut rüberzubringen, also er hat es gut gemacht. Braun Strowman, naja, okay, der sieht aus wie ein Zerstörer, das nimmt man ihm schon ab, aber er hat jetzt auch keine gute Rolle gemacht und er hat auch aus wie ein Vollidiot, weil man muss überlegen, dass er so lange mit dem gespielt hat und nachher regt sich auf, Mann, ihr habt mir bewegt, oder wie Foley kam und er steht da einfach neben und guckt ihn einfach nur blöd an, anstatt ihn fertig zu machen, oder wenn er sagt, das ist auch eine Logiklücke, er sagt, er kann Leute zwei Minuten zerstören und bei Sami Zayn macht er es nicht, also, ja, Logik spricht sehr viel für sich. Dann haben wir über das WWE United Kingdom Championship Tournament ein bisschen gesprochen, worauf mich ja sehr, sehr freut, dass der Nigel McGuinness ist dabei. Keine Ahnung, wer es ist, ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall freut sich mich auf ihn und ich denke mal, jeder, der Indie Wrestling guckt und Indie Fan ist, der weiß natürlich, wer es ist und kennt auch ihn tausendmal besser und fragt ihn auch, wie kannst du bei dem nicht ausmarken, meine Güte? Ich bin halt ein WWE Fan oder ein Wrestling Fan, der im Indie Bereich wenig Ahnung hat, also ich kenne natürlich ein paar Namen, aber, ja, mit dem Wrestlepedia kann ich nicht, also würden wir ein Wrestling Quiz machen aus dem internationalen Wrestling Bereich, also nicht nur WWE, sondern New Japan, Independent Bereich und so weiter und so weiter, würde mich ja so locker fertig machen, also, da braucht man einfach nur die Frage zu stellen, wer der allererste, ne, wer der aktuell, okay, ich weiß, wer der aktuelle IWG Heavyweight Champion ist, ich weiß sogar den Main Event, ne, zum Beispiel der Intercontinental Champion ist, weiß ich gar nicht, ich wusste, dass das Omega war, aber ich glaube, der ist es glaube ich nicht mehr, weil, der hat ja den G1 gewonnen und kämpft jetzt bei Wrestling Kingdom 11 gegen Okada, weil er den G1 gewonnen hat, wie weit ich das so weiß, wer ist das, wer, wie, Tanahashi ist das glaube ich nicht, Tanahashi weiß ich, was am IC Title Camper, wo er der Champion ist, keine Ahnung, das kann euch Misha sagen, aber das, zum Beispiel wäre eine Frage, wo ich mir denke, okay, ich bin weg, nur so als Beispiel, bezüglich New Japan Pro Wrestling, aber United Kingdom Championship, ich bin mal gespannt, was kommen wird, ich weiß nicht, ob das verfolgen wird, weil es ist wieder ein neues Turnier, die WWE geht mal mehr wieder in die Breite, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da muss man einfach, denke ich mal abwarten, was daraus gemacht wird, also, man kann, was Gutes machen, aber, da muss man halt abwarten, würde ich mal jetzt mal behaupten, abwarten und Tee trinken, das ist, denke ich mal, immer wieder eine sehr, sehr gute Methode. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt weiter, und zwar Seth Rollins gegen Chris Jericho, ein Match, was für mich das zweitbeste Match am Abend war, ich gebe dem Match 3,5 Sterne, war, ja, wie haben wir es beschrieben, wie hat Misha es gut beschrieben, ein Rawman Event, Niveau, das hat sich, jetzt nichts was Besonderes angefühlt, also, ich hatte das Gefühl gehabt, dass die beiden nicht mehr zeigen wollten, oder mir nicht mehr zeigen konnten, weil eigentlich beide gut wrestler, also Seth Rollins ist Weltklasse, und Chris Jericho ist zwar natürlich älter, aber auch kein schlechter, muss man auch so sagen, deshalb, aber ich habe glaube ich etwas mehr erwartet, aber ich bin schon so zufrieden, 3,5 Sterne würde ich diesem Match geben, 17 und 15, Kevin Owens kam noch zwischendurch raus, und wollte, Chris Jericho helfen, hat es nicht geschafft, Chris Jericho wollte, dass er geht, und so weiter und so fort, ja, und daraufhin hat Seth Rollins einen Pedigree gezeigt, gewonnen, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich an das Match gar nicht groß erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen, also, nö, eigentlich kaum, also den Pedigree kann ich mich erinnern, aber ansonsten, also, es war jetzt kein schlechtes Match, keine Sorge, also, wie gesagt, zweitbestes Match, war ganz okay, würde ich mal sagen, ja, dann zum, ja, gab es ein Hype-Video zu Wrestlemania, Wrestlemania 33, im April kommt es, freut euch drauf, und jetzt zum, WWE Cruiserweight Title, Triple Red Match, zwischen dem Champion Rich Swann, Brian Kendrick und TJ Perkins, allgeil, muss ich noch ganz kurz sagen, die Crowd war in den ersten beiden Matches gut, beziehungsweise beim ersten Match gut, danach war, und beim zweiten Match okay, danach war die Crowd komplett schwach, fand ich meiner Meinung nach, und das hat man hier in dem Match gezeigt, weil manche Leute meinen, CM Punk zu channen, also, jeder, der das gechantet hat, ist ein Vollidiot, tut mir leid, also, das kann ich nachvollziehen, weil, die sechs Minuten, fand ich nicht schlecht, also, es war an sich kein Scheiß, so, sorry, ich wurde ganz kurz unterbrochen, in dem Sinne, ähm, wo waren wir gerade, genau, beim Match, auf jeden Fall, die sechs Minuten waren an sich nicht schlecht, was ich nur blöd fand, war, es war erstens kurz, und das finde ich kam so plötzlich, deswegen, war es für mich das schlechteste Match am Abend, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das an sich, drei gute Wrestler sind, also, ich frage mich auch, warum er der Chris Wade so wenig Zeit gibt, also, das verstehe ich gar nicht, weil, das sind drei gute Wrestler, Conrad Ritz, Ron T.J. Perkins, Brian Kendrick ist auch noch in Ordnung, also, ist auch nicht schlecht, auf jeden Fall, aber, dass sie noch nicht viel zeigen dürfen, keine Ahnung, also, finde ich komisch, aber gut, äh, das Highlight kommt danach, kann man so viel sagen, Neville kehrt zurück, kommt, äh, in den Cometa Tonebolt, und, ja, turnt Heal, beziehungsweise, erstmal Face, gefühlt, weil er abgefeiert wird, weil er die verprügelt hat, ja, turnt aber Heal, in dem Sinne, attackiert Swann, ähm, attackiert Perkins, und so weiter und so fort, und macht seinen Heal-Turn, Misha Hardin als kleinen Drew Galloway beschrieben, also, aka Drew McIntyre, okay, kann man so sagen, war nicht schlecht von ihm, kann man so viel sagen, ähm, ja, deshalb Neville, bin mal gespannt, was man aus ihm macht, also, ich hab Raw noch nicht gesehen, also, ich glaube jetzt nicht, dass er ein Cruiserweight-Title-Match jetzt bekommen hat, aber, ich glaube, dass er bald auch irgendwie, vielleicht zum Rumble, ein Match kriegt, um den Cruiserweight-Title, oder bei 2.05, ich weiß jetzt nicht, was man da jetzt genau geplant hat, bin mal gespannt, was man daraus machen wird, also, ich, ich freu mich drauf, interessant, mal sehen, wie er sich entwickelt, weil, als Heel hab ich ihn noch nie gesehen, und als Heel kann er eigentlich was Gutes rausholen, würde ich mal sagen. Ja, dann gab es noch eine ganz traurige Geschichte, Kevin Owens und Chris Jericho, Freundschaft ist beendet, denn Kevin Owens wollte mit Chris Jericho reden, es gab keine Antwort, und daraufhin sagt Owens, ja, sind keine besten Freunde mehr. die Freundschaft war so berührend, Na gut, machen wir einfach weiter. Und zwar das WWE Raw Title, äh, Women's Title, 30 Minute Iron Man, Iron Woman Match, wie man das auch immer sagen will, zwischen der Championist Sasha Banks und Charlotte Flair. Das Match ging 34 Minuten und 45 Sekunden, wenn ich mich richtig erinnere, ist es jetzt das längste Women's Match, was es jemals gegeben hat, das war ja vor das 30 Minute Iron Woman Match, jetzt ist es 34 Minuten und 45 Sekunden, auf jeden Fall eine sehr lange Zeit, das kann man so viel sagen. Ja, ich sag euch ganz kurz, wie die Falls waren, und danach sage ich meine Meinung, weil, wie ihr an meiner Stimme merkt, oder die auf Twitter das ein bisschen gelesen haben, könnt schon sich denken, was meine Meinung dazu ist. Den ersten Fall holte sich, äh, Charlotte mit einem Natural Selection vom Top Rope, also, die stand auf dem Top Rope und hat ihn doch gezeigt, sehr, sehr geile Aktion auf jeden Fall. Banks gleicht dann sehr, sehr schnell aus, mit dem Small Package, geht dann auch später in Führung mit dem Bank Statement, danach, ähm, ja, bearbeitet Charlotte, sehr, sehr stark das Bein von Banks und im Figure 8 besiegt, oder im Figure 8 tat Sasha Banks in den letzten zwei Sekunden und dann zum Schluss, ähm, ja, gab es nochmal den Figure 8 und, ja, Charlotte gewinnt, das neue Women's Chappenist, zum vierten Mal und ich habe was auf Twitter geschrieben, das werde ich auch jetzt hier wiederholen, es gab sechs Singles Matches zwischen Charlotte Flair und Sasha Banks. Wie viele Titel wechselt gab es bei den Matches sechs Stück. Bei jedem Match zwischen den beiden hat der Titel gewechselt. Ich habe ja kein Problem, wenn man sich mal ab und zu, wenn man so häufig den Titel wechselt. Daran liegt es ja auch, wie man es macht und ich weiß nicht, Charlotte durfte ihren vier-Title-Rain, okay, beim ersten, beim vierten kann man jetzt nicht viel sagen, aber beim dritten durfte sie gar nicht verteidigen, beim ersten durfte sie paar Mal verteidigen und beim zweiten durfte sie soweit ich das einmal verteidigen. Entschuldigung. Und Sasha Banks, wie oft hat sie ihre drei Titel-Runs verteidigt? Wie oft? Richtig, gar nicht. Sie hat ihn kein einziges Mal verteidigen dürfen. Sie hat bei jedem Rematch diesen Scheiß-Titel verloren. Und das kotzt mich mega an, dass sie niemals verteidigen darf. Was bringt diese Fede? Ich denke mal, die Fede ist erst einmal abgeschlossen. Was hat die Fede Charlotte Flair gebracht? Nichts. Was hat es Sasha Banks gebracht? Nichts. Sie hat ein Momentum aufgebaut, als sie diesen Titel gewonnen hat, war eigentlich sehr weit over und so weiter und so weiter. Was macht man? Killt ihr komplettes Momentum, weil die ständig den Titel verliert. Man bringt diese historischen Sachen, damit habe ich an sich kein Problem. Oder wenn man mehrere Matches macht, aber man wächst doch nicht so oft die Titel. Ja klar, jetzt sagt man ja, okay, jetzt wird erst einmal kein Charlotte gegen Sasha Banks geben. Ja, super, ich freue mich so wieder mit Charlotte auf Road to WrestleMania, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe auf Charlotte Flair keinen Bock auf Road to WrestleMania. Ich finde, was ich finde, ist ein cleaner Sieg. Das finde ich okay, also keine Lowblows oder so eine Scheiße. Wenigstens mal ein cleaner Sieg, das kann man so viel sagen, aber warum lässt man Sasha Banks so schwach darstellen? Also, das verstehe ich überhaupt nicht, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen. ich kann nicht nachvollziehen, warum man diesen Titel wieder gewechselt hat. Man bringt wieder ein Match bei Raw, die gewinnt ihn da, und bei Paper verliert die nicht, weil sie ihre Scheiß Streak hat. Ja, super, 15 zu 0 bei Singles Match sind es, Wovon sie wahrscheinlich ihre ersten, okay, die ersten zwei wahrscheinlich nicht, aber ich sag mal, viele Singles Matches nur mit Hilfe gewonnen hat, mit Dana Brooke oder mit ihrem Vater Ric Flair, wo ich mir denke, ja, super, geil, ich find's ja echt super, dass du nie mit Hilfe gewinnst. Und dann, wo ich mir denke, ja, bezeichnest das noch die weibliche Streak, oder ich bin der weibliche Undertaker, der Streak, wo ich mir denke, ja, deine Streak wird niemals so viel wert sein wie der Undertaker Streak, weil der Undertaker wenigstens nicht die ganze Zeit mit Hilfe, ich glaub, 19 war das einzige, wo ich sagen kann, mit Hilfe vielleicht, aber sonst hat er alles clean gewonnen, okay, WrestleMania 9, da hat er, hm, wie hat die Q gewonnen, aber sonst hat er alles clean gewonnen, ja, außer WrestleMania 30, wo das dann, der größte Fehler war, den Streak enden, können, ich dachte, die WWE sowieso nicht bootbooken, haben sie ja von der WWE abgeschaut, ich sag, die Taker-Streak, Goldberg-Streak, wie man die Kacke zu Ende gebracht hat, ähm, wahrscheinlich auch die Streak wird man Kacke zu Ende bringen, wahrscheinlich wird Bayley dann gewinnen, okay, das stört mich jetzt nicht, aber, ich weiß nicht, also, wie gesagt, ich find's scheiß, wie man das da gebuckt hat, mir gefällt das nicht, ich bin damit und sei so unzufrieden, ganz ehrlich, und dem Match, genau, zum Match kommen wir auch mal direkt mal, wie dämlich hat man das eigentlich gebuckt, also von der Matchtechnik muss man so viel sagen, haben beide gut gerasselt, würde ich ganz ehrlich sagen, also die haben beide gut gerasselt, haben schöne Aktionen gezeigt, fand ich auf jeden Fall nicht schlecht, beide sind gute Wrestler, sehr gute Wrestler, dazu brauche ich nicht viel zu sagen, das ist Charlotte und Sascha Banks, aber ich fand, das war, wenn vielleicht ihr schwächstes oder zweitschwächstes Match ihrer sechs Singles Matches, also ich fand das Hell in the Cell Match stark, die drei Raw Matches fand ich gut, der Summer Slam, ja, ja, auch wenn ich da sagen würde, okay, ich kann es verstehen, dass es nicht so gut war, wegen der Verletzung von Banks, da hat man auch mehr aufgepasst, auch wenn Banks manchmal ihr Leben riskiert hat, aber okay, und ansonsten natürlich hier war ja keiner verletzt in dem Sinne, und, ja, Sascha Banks und Charlotte haben hier eine gute Leistung gezeigt, aber die Story war scheiße, war komplett kacke, äh, weil, dass Sascha Banks beführt, okay, warum rennt der Heel hinterher, warum, das macht doch keinen Sinn, dass der Heel da die Zeit hinterher rennt, das ist eine klassische Face Story und keine Heel Story, und warum tappt er, und das sieht dann noch dummer aus, dass Sascha Banks in den letzten zwei Sekunden einfach tappt, anstatt einfach die zwei Sekunden durchzuhalten, als Face, als Face macht das überhaupt keinen Sinn, dass Sascha Banks zwei Sekunden vorher getappt hat, oder drei Sekunden, wie viel auch immer, das fand ich so dämlich, und das, das lässt auch Sascha Banks so dumm darstellen, ich finde, dass Sascha Banks diese Fede auch geschadet hat, Charlotte Flair hat es gar nichts gebracht, das sagen wir mal so, aber, naja, was soll man so viel sagen, den Raw Women's Title hat es immens geschadet, durch diese ganzen Titelwechsel, es gibt sechs Titel, ne, sieben Titelträger, vier davon Charlotte, drei davon Sascha Banks, herzlichen Glückwunsch, und das alles innerhalb eines Jahres, noch nicht mal, das sind acht Monate, ja, fast jeden Monat ein Titelwechsel, im Durchschnitt, oder gut, dann Bewerbung um den Royal Rumble 2017 in San Antonio, Texas, ja, eines der größten Rumbles der aller Zeiten könnte es werden, gemessen an der Zuschauerzahl, ja, dem Match gebe ich dreieinviertel, also Banks, das durchgehalten, hätte ich vier Sterne gegeben, aber die Transformation zum Sudden Death fand ich schlecht, und die, was dann da gebuckt hat, fand ich auch schwach, also, das fand ich komplett schwach, ja, war enttäuschend, ich war sehr enttäuscht, ja, und ich wusste auch natürlich, dass es nicht ans Iron Woman Match rangehen wird von TakeOver Respect, was ich fünf Sterne gebe, und da kam es auch, also, da kam es auch nicht mal am Ansatz ran, das kann man so viel sagen, aber gut, Universal Title Match, Kevin Owens gegen Roman Reigns, das Match war 23 Minuten lang, ähm, ach ja, ganz kurz, Mischa gibt dem Match dreieinhalb, also er fand es nicht so schlimm wie ich, und hier dem Match gab ich dreieinviertel, und er gab dreieinviertel, und bei Rawlins gegen, ähm, Chris Helco gab er, glaube ich, drei, auch ein Dreieinviertel, ja genau, so hat er es gegeben, hier gebe ich dreieinviertel, weil, äh, dieses Match hatte ich irrelevant angefühlt, ich war auch demotiviert für dieses Match, nach diesem Ende vom Iron Woman Match, und hier, naja, ich war enttäuscht, ich war enttäuscht von dem Match vorher, aber, hier das Match war solide, man hat einfach gemerkt, beide haben keine gute Chemie, Kevin Owens hat ein paar schöne Aktionen gezeigt, hat sich Mühe gegeben, Roman Reigns hat sich auch Mühe gegeben, das will ich nicht verneinen, also, beide haben nichts schwach gezeigt, aber man hat einfach gemerkt, die Chemie wie ich da, und das hat sich so irrelevant angefühlt, das hat sich nicht so angefühlt, als wäre es jetzt wirklich ein Pay-Per-View-Main-Event, und das darf ja nicht sein, also, da war kein Pay-Per-View-Feeling da, da hat sich angefühlt, wie ein Raw Mid-Card-Match gefühlt, wo einfach mal der Universal-Title auf dem Spiel steht, und dann kam das Ende, dass Chris Jericho rauskommt, ein Codebreaker zeigt an Kevin Owens, wo man dachte, okay, der turnt, jedoch, ja, holt Kevin Owens, nee, holt Jericho den Titel, gibt ihm dann Kevin Owens und zeigt ihm dann, okay, das war eigentlich alles geplant, dann kam Stathron später raus, und, ja, verprügelten beide Owens und Jericho, und Owens hat von den Raw-Kommendatoren eine Double-Powerbomb bekommen, und bei den spanischen Kommendatoren sind sie auch, ist der gute Chris Jericho durchgeflogen, und Roman Reigns, um so eine Information, hat davor im Match zwei Frogsbash kassiert, und dann ist da auch der deutsche Kommendatorenpult kaputt gegangen, genau, das kann man auch hinzufügen, in dem Sinne, genau, und das war die Show. Main Event, wie gesagt, okay, aber das hat sich so ein bisschen angefühlt, wie Triple H gegen Roman Reigns WrestleMania 32, und das finde ich schon schade, weil ich eigentlich Kevin Owens mag, aber, Kevin Owens kann ich auch keine Vorwürfe machen, ich mache auch Roman Reigns keine Vorwürfe, wo, was ich sehr stark kritisiere, ist einfach die Darstellung von Kevin Owens, wie schwach wird dieser, wird der dargestellt, der ist so, der ist der, der ist so ein schlechter Champion, das muss ich ganz ehrlich sagen, er ist so ein schwacher, schlechter Champion, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das liegt auf keinen Fall an Kevin Owens, wenn, wenn Baylor so dargestellt wurde, wenn Roman Reigns so dargestellt wurde, wenn ein Undertaker so dargestellt wurde, das ist, das ist personenunabhängig, so wie Kevin Owens gebuckt wird, ist komplett schwach, Kevin Owens macht noch gute Sachen da draus, mit seinen Promos und so weiter und so fort, und dass er noch wenigstens gute Matches zeigt, also das wäre bei anderen Menschen auch kein Problem, aber der wird so, so schlecht dargestellt, dass der, die Q braucht, um einen US Champion zu besiegen, obwohl, der Universal Title ein World Title ist, und der US Title ein Mid-Kart Titel, und dann stellt man es so beschissen dar, muss ich ganz ehrlich sagen, also, ich war echt sehr, sehr unzufrieden, wie man diesen Titel da, darstellt, ja, genau, so viel kann man sagen, ähm, ja, mehr glaube ich auch nicht zu sagen, ich, tut mir leid, wenn ich da nicht ganz auswendig rangehrofe, ich jetzt schon eine halbe Stunde darüber rede, aber, ich habe jetzt gestern darüber geredet, und ich wollte jetzt heute einfach mal versuchen, dass die Review auch trotzdem kommt, und so weiter und so fort, und, ja, Bewertung vom Pay-Per-View, Mischa gibt 5,5, hat er gegeben, ich würde 6 von 10 geben, ähm, war, einer der schwächeren Pay-Per-Views des Jahres, ist der letzte Pay-Per-View, der Opener war Match of the Night, 4 Sterne, Universal-Title-Iron-Woman-Match, dreieinviertel, Jericho, ähm, Rollins dreieinhalb, und das Cruiserweight-Title-Match, war das schwächste, keine Ahnung, wie ich da geben würde, aber es war auf jeden Fall schwächer, als die anderen Matches, und, ja, war ein bisschen enttäuscht, war ein bisschen enttäuscht, also, ich habe zwar keine Erwartungen gehabt, aber es war auch schon eine Enttäuschung, also, man muss sich das nicht unbedingt angucken, guckt euch den Opener an, da habt ihr eigentlich nichts verpasst, also, das Iron-Woman-Match, ist natürlich was Historisches, dass es zum ersten Mal im Pay-Per-View gibt, dass es ein Woman-Match gab, Sascha Banks war bei allen beteiligt, von den Iron-Woman-Matches, ähm, aber, wie gesagt, ich fand's nicht gut, ich fand's nicht gut, und das war nicht sehenswert, also, wenn ihr euch ein Iron-Woman-Match angucken wollt, dann guckt euch von NXT TakeOver Respect, und falls ihr das Netbook nicht habt, guckt auf YouTube, die WWE hat's hochgeladen, und, dann könnt ihr es euch auch auf jeden Fall angucken, und, ich sag's euch, dieses Match muss man sich angucken, wenn ihr euch das beste Frauen-Match aller Zeiten angucken wollt, für mich zumindest, oder was ich je gesehen habe, guckt euch dieses Iron-Woman-Match an, von NXT TakeOver Respect, ja, und da würde ich sagen, war's das mit der Podcast-Ausgabe, ich hoffe euch hat's gefallen, ich hoffe, es war okay, dass ich mal alleine gemacht habe, bis jetzt wird diese Woche noch so sein, also Raw & Smackdown, ähm, genau, und dann nächste Woche wird er wieder mit Micha am Start sein, das könnt ihr euch sicher sein, und, ja, wie gesagt, ich hoffe euch hat's gefallen, ich wünsche euch einen schönen Tag, wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abstimmen bei den Slammys, äh, wie gesagt, verlinkt ist es, wo ihr es seht, ich denke auch gleich am Ende des Videos ist es auch verlinkt, und, ja, schreibt eure Meinung zum Payroll-Video in die Kommentare, und bis zum nächsten Mal und rein, ciao!